Naja, aber wenn wir nicht hier sind, wir arbeiten immer für Sie. So, Herr Steifel wurde eins gepasst. Sie könnten heute noch, wer Sie überlebt hier. Wer hier nicht erstickt im zweiten Teil. Jetzt geht's noch. Wenn Sie das entsprechende Schuhwerk anhaben und nicht ganz so viel am Tresen, also mehr vorbeigehen als stehenbleiben, dann könnten Sie es heute vielleicht zu Fuss noch erreichen. Eine Stadt, die angerufen hat, Herr Steifel, aber ja, lange wäre, mal vorbeizukommen und zu schauen und vielleicht ein Titel zu schreiben, sodass am Ende kommen Leute mit Portemonnaie. Herr Steifel ist hingefahren mit dem Schienenbus in die Stadt. Der Schienenbus ist zum Stehen gekommen von Bröll Bock. Herr Steifel ist aufgestanden, hat das Fenster geöffnet, hat hinausgeschaut, hat das Fenster geschlossen, hat sich hingesetzt und ist mit dem Schienenbus zerigefangen. Er hatte verstanden, um was es in der Stadt geht und schrieb abends aus ein folgendes Epochalesferien. Das war's für heute. Das war's für heute. Denn der Bündnis wird scharf, die Gelder in der Kaffee, die Stunden abzuhieren, und der Kopfschreit nach ihrer Konvergenzie. Die Menze, die Menze, die Menze, obrach sie, nach Kopf und Duru, sie, zu tragen, wie ich da jetzt sie, den so schönst man das hier und vorgelegt, und da ist aufwähigend, das Björn, das Dichwein. Die Geltanwärts sind klar, und so rekt ist vor der Wein, in dieser Region, in Zukunftsvision. Der Leiterhout in Wiener, doch mit Kjall, und schon so viel mehr von Lor. Musik 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 then 3. 5. 6. 7. 10. 11. 23. 16. 16. 16. 16. Das war die Bar und die Marge überwunden zu kommen zwischen Den Moment der Halle und Miro Du schnittell das Schatz zu kommen, der er vom Lorte Gehör, 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 gehör Und der Ei, du chestnir, gehör Ja! Ja!